Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Amma ba'd, kommen wir heute zu einer ebenfalls sehr einfachen Tat, die unglaublich groß belohnt wird. So sagte Abu Hurairah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ein Mann kam an dem Ast eines Baumes vorbei, der einen Weg versperrte. Er sagte sich, bei Allah, ich werde ihn entfernen, damit er den Muslimen nicht schade. Er wurde wegen dieser guten Tat ins Paradies eingelassen, überliefert in Sahih Muslim. In einer anderen Version heißt es ebenfalls in Sahih Muslim, Ein Mann kam einem Weg entlang, wobei er einen dornigen Ast entdeckte, der über dem Weg hing, und er nahm ihn fort. Allah dankte ihm dies und vergab ihm seine Sünden. Und in einer letzten Version, auch in Sahih Muslim, heißt es von Abu Hurairah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ich sah einen Mann im Paradies umher spazieren gehen, weil er einen Baum, der den Muslimen Schaden verursachte, vom Weg entfernt hatte. Liebe Geschwister, wie oft sehen wir Glasscherben, Steine oder sonstiges auf Straßen oder Gehwegen, von denen wir wissen, dass Fahrradfahrer und Fußgänger diese benutzen. Wenn wir das wegräumen, können wir mit dieser großartigen Belohnung rechnen, nämlich erstens die Vergebung der Sünden und zweitens den Eintritt ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen. Hadaanm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020